Ja, 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 ja. Also, Frieden mit euch allen! Ja, so richtig. Und so richtig Peacetime. Also, richtig? Welche Farbe gehst du? Äh, blau. Nee, grün. Grün hat die besseren Spawns. Dann nehme ich pink. Oh, Alter, das ist die Map von gestern, weißt du noch? Yo. Ähm, irgendwer ruft gerade bei Skype an. Ich nicht. So, hat aufgelegt. Super. Ich hatte gerade die blöde Maus in Ace of Spades. Achso, ja. Hast du so gemacht, dass noch andere joinen können? Oder nur wir? Äh, ich hab eigentlich so gelassen, wie du eingestellt hast. Achso, ich glaub, dann können noch andere. Ja, ist ja nicht schlimm. Ich glaub, wenn jetzt noch welche kommen. Nee, ich find's sogar gut. Ja, ja. Wo bist du? Irgendwo auf so Bergen. Ich such dich ja auch gerade. Irgendwo auf Bergen. Wow. Hier sind überall Berge. Jetzt bin ich am Rand von der Map. Hier gibt's viele Ränder. Um genau zu sein, vier. Ähm, ja, also, äh, äh. Ich läuf' gar zu dem Fluss, zu dieser riesigen Stelle. Ja, ok. Ah, ich seh dich. Was, nein, wo? Nicht weglaufen! Ja, sag's so, wenn du mich das siehst. Ah, ok, wenn du in die Richtung... Oh, fuck. Guck, guck. Ah, scheiße. Aber schönen Turm hast du gebaut. Alter, der ist so vorgegeben. Oh. Alter, bleib stehen. Hallo. Ich renne weg, ich renne weg. Ah ja, genau. Oh, unsere Pings sind grad nicht sehr gut. Ich glaub, das Server ist außerhalb. Alter, 100, das war doch noch gar nix gegen gestern meine 3... Du hattest letztens 8... äh, gestern 8.000 zwischendurch. Ich weiß. Richtig geil. Bist du. Richtig. Und als wir dann gestern, wir, ähm, absichtlich ja mein Internet zu schlecht gemacht haben, ist Skype abgekratzt. Ja. Jetzt bin ich wieder am Rand von der Map, super. Aber die Map ist zu groß. Ja, durchaus. Für zwei Spieler ist das etwas heftig. Ah, da bist du. Ey, komm wieder hoch. Oh. Bin ich doch. Also erstmal nur so, um zu sagen, ich bin hier übel der Noob. Er ist, glaub ich, mal richtiger Skiller. Du tuckst dich erstmal weg, du alter Penner, du. Ah, Alter. Ich war schon längst drüber. Ich stand schon neben dir. Was nimmst du eigentlich auf? Äh, Fraps. Ah ja, ich nehm eigentlich immer mit Brandycam auf. Aha. Ohohohohohoho. Weil, die macht die Videos immer so geil klein. Ja. Aber du kannst das ja... Ich frappst einen Gigabyte ver... Das sind wir vielleicht 10, 20 Megabyte. Ja. Aber du kannst das ja hinterher auch rendern, ja, ja. Ja. True Story. Wo bist du? An dem Bunker. Jetzt nicht mehr. An dem Bunker. Hier gibt's einen Bunker. Das schwule Ding, das ich grad gebaut hab. Achso. Oh, ich dachte schon, ich wär jetzt aus der Map rausgefallen, aber das geht ja gar nicht. Oh, ich seh dich. Oh nein. Mein langer Gewährlauf ist auf dich gerichtet. Kann ich sein. Doch. Oh, jetzt will ich dich falsch sagen, gestorben, Alter. Oh ja, schön. Oh, ich wünsche, ich wünsche, dass wir noch andere drin, dann wär's viel besser. Ja. Hopps, 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 hopps. Ich guck mal, ob grad noch einer von meinen anderen Teamkollegen on ist. Tu das, tu das. Kann ich gleich noch einen einladen. Nee, nur du bist on. Schön. Das Snickers ist ja vorhin aufgehangen. Ja, aber bei Skype ist er on, bei Skype ist er on. Ja, check ich auch nicht. Wahrscheinlich spielt er grad irgendwas. Ja, lass ihn machen, lass ihn machen. Ja. Jetzt komm her! Ich werde dich kriegen! Wo bist du? Äh. Ah. Hi. Äh? Oha! Da! Ich seh dich nur grad so im Schatten. Ja, ich auch. Wie geil! Ich seh da so einen kleinen Punkt drüber laufen. Oh, scha- Ja. Verdammt! Ich hab auch grad abgedrückt. Aber ich hab noch volle Leben. Ja. Ja, ähm. Die Kugel, die hat sich unterwegs verlaufen. Ah ja. Ja, ja. Die Kugel hat gesagt, ja, kein Bock mehr. Jetzt träg ich mich mal um. Ich haine, oh. Ey, spring doch nicht hinterm Berg runter. Warum ich will nicht getroffen werden? Ich auch nicht. Also. Zack! Ich hab auch grad abgedrückt. Aber wieso hab ich da noch volles Leben? Hm. Ah, die Kugel hat sich umgedreht. Ja, die Kugel hat sich umgedreht. Ja, so ist das. Ja, das sind die alten 80er. Jetzt versuchst du mit deinem Jetpack hier rumzufliegen, oder was? Nein, das ist schon fast leer. Oh, ne. Besser nicht auf Distanz, wenn du Sniper wirst. Na, komm mal ran. Und? Hat's was genutzt? Hm. Geht. Geht. So, ich setz mir hier die geilste Klasse. Krass, mach, wie ich bin. Ich bin die geilste Klasse. Ich guck einfach Berger weiter. Ja, richtig geil, ne? Jo. Da kannst du dicke, fette Löcher bauen. Ey, cool. Einer, ein Freund von mir ist vorne. Soll ich ihn einladen? Stumpi oder wer? Ja, genau. Ja. Kann ich ihn einladen? Hab ich auch grad gesehen. Ja, mach ruhig, mach ruhig, mach ruhig. Ja, okay. Aber jetzt tut mich grad nicht. Ich bin grad im Chat mit ihm. Ja, klar. Ja, klar. Ja, klar. Ich töte dich nicht. Ja, hoffe ich auch. Hm. Alter, nein! Alter, nein! Hä? Ja, ich hab dich gehört. Gehört? Das ist gut. Dann lauf ich nochmal zurück. Weil ich hab dich nicht gesehen. Oh, er hat keinen Bock. Linkes Ohr. Oh, fuck. Moin! Und... Ach, Killer! 007. Kenn ich irgendwoher. Ich nicht. Ja, der doch eigentlich schon. Wenn ich mal nachts senke. Oh, alter, alter, alter. Junge. Red ich mal um. Ja, hab ich. Und was jetzt? Ähm, neu spawnen. Vielleicht. Ähm, die Karte lädt grad sehr langsam. Oh, ach, das ist der von mir. Hallo. Äh, zeig mal her. Oh ja, jetzt sind wir ausgeglichen. Äh, das warnt wir vorhin auch schon, aber... Tschüss, 007. Ey, hast du dir eigentlich so abonnierte Maps runtergeladen? Äh, ja, unzählige. Oh, ich weiß gar nicht, wie viele es sind. Äh, welche Sniper macht mir Damage? Die mit diesem langen Zielvisier oder die mit dem eher kürzeren Zielvisier? Äh, die mit... Oder die andere? Äh, die mit der du besser zielen kannst. Achso, also die, die, also die besseren Zoom hat oder welche? Ja, die grüne. Achso, gut. Ja, oder in deinem Fall blaue. Oh, Mann, dieser Killer, den anderen dürfen wir wirklich killen. Der ist die ganze Zeit rumgelaufen, ich kann dich treffen. Ich bin ja wieder Sniper. Ey, 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 Killer, 007, oh. Oh, ja. Ich hab den grad im Visier und auf einmal... Oh, lol. Nein. Weiß noch nicht. Ich denk, das macht jeder, also... Alter! Ich glaub, das macht jeder, das wär irgendwie dumm. Alter, ich... Yes, okay. Yay. Alter, der bewegt sich aber auch wie eine geschmürgelte Katze, ey. Ey, ähm, kennst du die, ähm... Jetzt hab ich schon wieder den Namen vergessen, hast du verarscht? Aua! Nein! Nein, kenn ich nicht! Die, äh, die, ähm... Ey, bleib stehen! Kennst du die, die Oculus Swift? Ne, bleib stehen! Nicht? Bleib stehen! Ja, leck mich selber! Ey, flieg doch nicht weg! Ach, und da ist Boden. Yay, wir sind einer mehr als ihr. Oh, fuck! Alter, irgendwie treffe ich dich grad. Überhaupt nicht, wenn du das überhaupt bist. Ich stell dir erst mal eine Sentry auf. Jo, ich seh's. Schönes Sentry. Ich weiß. Hihihi, die ist erst mal weg. Ey, hallo Martin! Martin! Ey, Junge! Ja, was? Ja, bestimmt. Oh, ein HP die ganze Zeit noch. Uiuiuiuiuiui, das war knapp. Ich brauch unbedingt Leben. Leben! Aaaaah! Bye! Schade, das war der Sniper, der Sniper, wie sie es an... Ey, Alter! Hab ich dich getroffen? Nö, nö, mich nicht. Oh Mann, dass wenn du wieder runtergerannt bist, ich hätte dir eigentlich grad voll den Headshot gegeben. Dann mach doch! Ey, dann bleib stehen! Aua! Na, ich hab wenigstens den Ingenieur doch gefüllt. So, ich troll euch jetzt alle! Hm. Toll! Oh. Äh, äh, ist dir irgendwas passiert überhaupt? Ja, du hast mich gekillt. Ich schieß drauf und, äh, ADR driften. Ha. Ja. Oh, Mann, ist zwar nur ADR. Ich dachte, du wärst das, ey. Ey. Tschüss, Martin! Wo war dein Killer? Tetris Oh, yo, ein super Spiel wäre auch Tetris fürs Let's Play Ja, wenn man es auch online spielen kann Es gibt ja Tetris online, von daher Nein, das ganz alte Tetris Was noch auf Windows 98 war oder 2000 Das ist bestimmt Oder ich bin einfach Chess online Oder Backgammon Oder Solitärner Weil der nicht für eine Person ist Egal, aber da ziehe ich dich richtig ab Als er nur weil dieser NS, was weiß ich, zum Noob ist, hat er verlassen Nee, ist nicht unbedingt Noob, aber Aber er hat keine Lust, er hat nur keine Lust mehr auf dich Ich renne hier voll durch die, ähm Karte und sehe keinen Achso Alter, nee, ich bin hier gerade voll durch die Lifepoints-Kiste gerannt und kriege keine Ja, das kenne ich, das kenne ich Alter, noch einer bei grün Aber Muni Oh Muni geht Alter, ich finde euch gerade alle beide nicht Alter, jetzt sind wir genau gleich, hier muss man nicht rum Aua Alter Oh, ich hab einen Also, das war ein schöner Schuss Es ist bei mir immer so, am Anfang bin ich immer für den Noob, aber ich brauch dann immer ein bisschen, um reinzukommen Und dann bin ich gut Und ich hab irgendwie immer so Phasen in Shooter Manchmal bin ich echt scheiße Manchmal bin ich richtig gut Äh, 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 du bist immer, immer scheiße Und du bist nie gut und du hast keine Phasen So Jetzt, jetzt hab ich das alles berichtigt Ah Ja, genau Ähm Fuck Gegen Shit Ey, ey, wackelt auch nicht so Tschüss Ja, ciao Oh, Alter Ich hab hier gerade einen, äh, grünen Punkt im Nacken Oh, schwuler ADR, Alter Warum zieht dich Rutschwind eigentlich so hoch? Ja, das ist schrecklich Oh, Plausch Moin, Plauschi Ich seh dich nicht Oh, da seid ihr Ey, flieg doch nicht so hoch Also, bei Fall ins Wasser kriegt man keine Damage Oh, ja, kriegt man nicht Durchaus Oh, fuck Alter, von allen Seiten Ist doch gut so Ja, für dich, aber nicht für mich Was war das? RTA hat sich an mir gericht Noob? Er sagt Noob? Was? Was? Das kann ich nicht auf mir sitzen lassen Aber es hat mich gemeint Spüre meine Rakete Nein, ich will den nicht kicken Da, guck mal, Rakete Nein, weil es mir eigentlich scheißegal ist Alter, ich kann nicht stimmen Wie kann ich hineinstimmen? Äh, F1 und F2 Aber Ich glaube, schon wieder vorbei Oh, der ist gerade an mir vorbeigerannt Ähm Falls du gerade was sagst Ich verstehe gar nicht nichts Nur einzelne Töne Ja, mein Ping ist gerade auch nicht sehr gut Äh, 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 aber ich Aber Ich leck mich grad in der Welt fest Du hast auch grad nicht den besten Ping Oh, das war ein grüner Oh, es konnte keine Verbindung zu Steam hergestellt werden Wunderbares Ende für eine Schöne Aufnahme Und Skyter ist auch weg Also super, besser geht's gar nicht Ja, wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahme wieder von Ace of Spades Wo es dann wieder heißt Töten, töten und bauen Schönes Geräusch von Skype Na dann, wir sehen uns Und ciao mit SCH